hi ho ja 1200 cool zu beginn wieder mal einen schatz gefunden finde ich persönlich immer und immer wieder ziemlich cool die einstellung hat er jetzt auch mal gespeichert so neue nachdichte wollen wir kämpfen stehen dort meistens spieler ist nicht bereit er muss online sein okay so das heißt genau was heißt dass das einer online das ist jetzt nicht so schwer 1200 2000 das war mal mega cool so so was geld so 1 verdammt bitteschön so jetzt muss ich nur aufpassen dass ich den nicht töte so okay war jetzt ein bisschen zu wenig was war das denn war das dieses ding naja hier werde ein vierer möglich den nutze ich vielleicht jetzt und nutze dann ich habe keine ahnung dankeschön ich würde dem liebend gern damage machen würde auch zugleich das ganze geld mitnehmen wollen und wenn er uns das vor der nase wegnimmt ist das ein bisschen blöd was ist möglich möglich ist das das kann gefährlich werden ich habe drei runden bei waffen anbieten okay das heißt wenn er mich angreift nehme ich also aufschlagen okay okay das ist ja voll gemein alter wie gemein okay das heißt das ist ja toll wenn ich das ich muss alter wie schwer zum glück nutzt er das auch nicht auch mensch so das müsste jetzt für ihn aber auf die letzte runde gewesen sein ach in einer minute ja interessiert mich aber jetzt weniger ach es war schon abgelaufen gut dann würde ich liebend gern trotzdem noch mal ein bisschen blaues zeug bekommen ja das war schon mal ganz gut so ach du wie viel hier liegt äh was können wir die Planenschlacht findet in wenigen sekunden statt gut wissen wir bescheid gut juckt mich aber nicht ach nein aha 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 scheiße ähm drei leben boah das ist dicke ja toll mhm toll hallo mach mal was ja gut dann halt so die Piratenschlacht können wir jetzt nicht miterleben stufe 12 stufe 12 was zum plünder pavian okay das kann wirklich ein pavian sein alter das sind solche mischungen töte mich töte mich dann schätzungsweise so und wir sind glücklicherweise immer noch am zug boah älter wie viele totenköpfe hier sind Hilfe wenn dann nein oder nein hier wenn nein oder nein wenn doch so jetzt aha ich habe ihn jetzt getötet ohne dass er einmal dann war das ist doch mal mega witzig ok gegenstand gefunden ne 399 ok was haben wir denn sofort 278 hm also stufentechnisch ist es schlechter das funktioniert fürs gegner also theoretisch würden wir damit mehr damage machen hm ich werde das immer überlegen einerseits verursacht sofort 278 ist taktisch wenn der gegner wenig leben hat ähm dann hat er halt nicht die möglichkeit sich nochmal zu heilen aber andererseits wenn der gegner viel leben hat ist es sinnvoller wenig ähm schaden zu machen beziehungsweise halt über einen längeren zeitraum denn wenn der gegner sich dann heilt ob beabsichtigt oder nicht machen wir im folgerunden mehr damage hm aber da das ja jetzt ziemlich gering ist und es sowieso bald neue sachen gibt so in sechs stunden verkaufen gut ähm hier hab 5000 jetzt hab ich für mich selbst eine frage soll ich das upgraden oder soll ich das geld sammeln für die neue ausrüstung ja zu 10.000 würde ich schon noch gerne halten das heißt ich kämpfe erstmal weiter denn das ist ja jetzt noch nicht ganz so dringend gut gegner 12 von 16 gift äh was giftsteckse was ist das denn soll das eine echse sein sieht aber ganz schön hässlich aus stufe 13 was sind denn wir für eine stufe auch 13 ok das vorhin war natürlich ganz schön lack ähm aber ja wieso nicht hör auf mich so an zu knuteln das macht mir angst so haben wir möglichkeit auf 4 ich glaube nicht oder ha aha aaa ne ich sehe keine 4er kombinationsmöglichkeit können aber ne genau nicht ok ja nein wie wärs äh nein obwohl wenn dann so dann hat er aber hier noch immer die möglichkeit der macht 165 damage hier hat er dann noch eine möglichkeit öh ok ich könnte wenn ich das jetzt so runter ziehe habe ich hier quasi eine entschärft die würde er dann nicht mehr benutzen können die kann ich dann aber auch erstmal nicht benutzen ja seit ich gehe auf risiko kriege einen doppelten 3er das fällt runter und es entsteht kein 4er wenn ich das so mache 3 fällt es runter das heißt ich würde hier nochmal das mit einsammeln hm hm der blaue würde hier sein wenn ich das mit einsammeln fällt das noch mit runter dann würde ich hier nochmal damage machen insofern wäre das schon mal sinnvoller ähm weil ich dann hier die möglichkeit habe und noch sehr viel mehr mit einsammeln ok wenn das dann runter fällt habe ich ähm keine ahnung was mehr passiert das heißt ich mache das so genau so wie ich das vorberechnet habe nichts weiter passiert hu 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 danke so hm hm geld geld möglich ja danke war er das jetzt oder ich ich weiß es nicht ich weiß nur dass wenn ich das mache er nicht stirbt wenn ich das mache stirbt er auch nicht genauso wie ich so ich könnte verdammt das geht auch nicht obwohl hm es fällt um 3 runter das heißt es wird der da sein ne passt das auch nicht hm hm ne wird mir nichts bringen hier haben wir wieder wer sucht der findet gut gegenstand gefunden auf deiner reise hast du ein gegenstand gefunden ein tragbarer guck 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 naja hm blüner voodoo gegenstand 13 regenerieren 3 g 99 ja anzeigen wir haben genau das gleiche bloß als amulett als dem sonnenscheper amulett allerdings wenn man sich alleine verkaufswert anguckt ist das was wir haben besser tschüss so 14 minuten was kommen jetzt eigentlich für gegner die müssen wir jetzt voll hart sein nö wenn wenn wir hier hm urwald schratt 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 ja stufe 14 ok der ist schon eine stufe über uns insofern lassen wir den erstmal walter im urlaub schratzen hm äh 1500 oh guck mal wer sich hier da in polen astra steckt ähm kämpfen wir jetzt gegen den ja ist ja gut digger so wir haben hier die Möglichkeit ich sehe sie auf die schnelle nicht wenn ich das dann nein wenn ich das dann ja nein auch nicht dann der der hier der da ne das würden wir uns jetzt auch nicht beden wenn hm hm danke danke und jo hehehe so äh haben wir was neues nehmen dann würde ich liebend gerne was blaues bekommen ist hm aha leider nicht möglich so hm jetzt aber sauber ok äh verdammt hier und dann haben wir hier eine wunderschöne Möglichkeit er hat sich jetzt die kokosnüsse geschnappt und wir gestalten das mal so das äh hier ist doch gut gelaufen glücklicherweise so so wir haben hier noch hier dann haben wir dann haben wir dann haben wir dann haben wir hier noch nein nein verdammt hm nicht nicht hin und runter ziehen ja das war schön machen wir dann ist er tot ja ein like geht stufe 14 und jetzt mal 11.700 das heißt wir brauchen noch 3253 3253 dann können wir nein dann können wir hier ich weiß nicht ich denke mal unsere Kanonen upgraden das wäre ganz gut naja in dem Sinne verabschiede ich mich wieder für diese Folge und ihr kennt es doch hoffentlich seid ihr dabei wenn das Abenteuer wieder beginnt in der nächsten Folge bis denn tschüss